Hallo Leute, heute möchte ich euch den Crypto Autotrader CAT vorstellen und ein erstes Feedback dazu geben. Außerdem werdet ihr einen Rabattcode von mir bekommen, sofern ihr euch für den Autotrader entscheidet. Ja, zunächst mal wollen wir uns den Autotrader direkt auf meiner Raspberry Pi angucken. Ich habe den auf einer Raspberry Pi installiert. Warum kann ich euch auch sagen, es braucht einfach enorm wenig Strom. Ja, das ist schon mal cool. Und er kann wirklich 24-7 automatisch für mich traden. Was tradet dieser Trader? Er kann alle möglichen Kryptowährungen traden. Beispielsweise, ja, Bitcoin gegen Dogecoin oder was weiß ich auch immer. Ich habe hier auch, ja, viele sind hier oder werden hier von mir getradet. Viele unterschiedliche Kryptocoins. Ja, das ist dieses Programm. Ich habe das bisher nur auf Kryptopia laufen. Also auf der Börse erstmal zum Ausprobieren. Und das soll ja hier mein erstes Feedback darstellen und euch schon mal so einen groben Überblick geben. Was kann man hiermit eigentlich erreichen? Ja, wenn ihr jetzt hier mal bei Global Gain schaut, ja, das zeigt nämlich all meine Gewinne an, die ich hier mit den Trades gemacht habe. Hier seht ihr eine ziemlich lange Liste. Das läuft jetzt ungefähr schon, ja, dreieinhalb, vier Wochen. So in etwa. Können wir hier auch mal gucken. Das war am 4.5. Hier habe ich ungefähr gestartet. Ich glaube auch schon ein bisschen vorher, weil ich es auch schon mal auf meinem Rechner habe laufen lassen. Aber man kann sagen, ja, circa vier Wochen. Was habe ich theoretisch, das sage ich jetzt bewusst, was habe ich theoretisch verdient? Wenn wir hier mal ganz unten schauen. Total Cumulative Gain. Ja, also das zeigt an, wie viel ich insgesamt aus allen Trades zusammengerechnet gewonnen habe. Dann waren das 0,02546205 Bitcoin. Ja, wir sehen hier nämlich ein BTC Gain. Also das habe ich theoretisch an Trading Gewinn, weil ich habe hier immer 1,9, 0,5, 1,9, 3,2 Prozent oder hier sogar 14,7 Prozent Gewinn mit einem Trade gemacht. Hört sich erstmal relativ viel an. Auch der Gewinn ist nicht schlecht. Man muss aber bedenken, dass dieser Crypto Trader erstmal einer Investition bedarf. Ja, den gibt es nicht umsonst. Der kostet 0,2 Bitcoin, aber darauf gehe ich gleich nochmal ein. Ihr bekommt nämlich am Ende dieses Videos noch einen Rabattcode von mir, womit ihr den günstiger kaufen könnt. Ja, jetzt kommt wieder meine übertriebene Transparenz. Ich könnte jetzt sagen, okay Leute, seht ihr hier, macht ihr 0,025. Boah, richtig krass. Viel verdient ihr, wenn ihr das drei Monate laufen lasst oder vier Unicorns ein bisschen mehr euch reinspielen und ihr das ein bisschen krasser macht wie ich jetzt. Dann habt ihr den Bot schon locker wieder nach der kurzen Zeit drin. Vor allem, wenn ihr mit ein bisschen mehr Bitcoin anfangt wie ich. Ja, könnte ich jetzt hier raushauen. Theoretisch ist es auch so. Ihr seht hier, das ist wirklich das, was ich damit verdient habe. Beziehungsweise das, was ich aus dem Trading-Gewinn gemacht habe. Jetzt kommt aber das große Aber. Jetzt mache ich nämlich mal die Raspberry Pi zu. Jetzt sehen wir, hier habe ich mit 0,13869484 Bitcoin angefangen auf Kryptopia. Einen Link zur Registrierung dieser Altcoin-Börse findet ihr dann auch natürlich in der Beschreibung. Aber so viel erstmal dazu. Ja, also mit so viel Bitcoin habe ich hier mit Traden angefangen. Eigentlich müsste ich jetzt schon mal mindestens 0,15 haben. Eigentlich schon mal 0,16. So, wie sieht es aber momentan eigentlich aus? Was ist hier los? Was? 0,10? Was ist denn bei dem los? Hat er was da runtergezogen? Oder was ist da passiert? Ja, jetzt kann ich euch auch mal erzählen, was hier eigentlich passiert ist. Ja, weil mir ist das ja immer sehr wichtig. Ich will euch hier nicht nur irgendwas verkaufen. Ja, ich möchte, dass ihr aufgeklärt seid und wisst, das hat auch gewisse Risiken. Natürlich, das ist Trading. Klar, diese Gewinne, 13% mit einem Trade, das ist krass. Das ist richtig krass, ja. 13%, das kriegt man nicht mal in 20 Jahren auf der Bank, ja. Das mache ich mit einem Trade in 5 Minuten oder so, ja. Aber warum habe ich jetzt weniger als vorher? Das hat folgende Ursache. Ich habe nämlich angefangen, da war der Bitcoin gerade so bei vielleicht 1,5, 1,4 oder so. Wie war er noch vor einem Monat? Ich denke, das könnt ihr auch so ungefähr einschätzen, wo er da noch war, ja. Und dann ist er als weiter gestiegen. Aber ich habe ja den Bitcoin gegen andere Coins getradet. Und da der Bitcoin so mega stark war und als weiter gestiegen ist, habe ich natürlich in Form von Bitcoin verloren. Ja, obwohl ich diese Trading-Gewinne gemacht habe, habe ich hier gegenüber den anderen Coins verloren. Die sind also jetzt, ich habe hier noch beispielsweise 764 POSW. Wenn wir jetzt hier mal schauen, Markets. Gehen wir mal beispielhaft in diesen Markt rein. POSW, ja, dann sehen wir hier, der ist gerade bei 2.000 Satoshi. Blöd, dass ich das für 6.000 eingekauft habe. Das heißt, ich habe jetzt schon mal gedrittelt. Scheiße, einfach nur Kacke. Ja, da bringen mir auch diese hohen Gewinne nichts, wenn der Bitcoin so mega stark ist, dass der Coin hier voll abkackt. Im Gegensatz zum Bitcoin immer gesehen, klar. Ja, rein vom Euro-Wert her gesehen ist er wahrscheinlich noch genauso viel wert wie am Anfang. Ja, habe ich eigentlich nichts verloren. Aber immer im Verhältnis zum Bitcoin habe ich hier verloren. Und das ist ja eigentlich Kacke. Das wollte ich ja eigentlich überhaupt nicht. Aber das ist, ja, hat auch ein bisschen damit zu tun gehabt, dass ich, sagen wir mal, so blöd war und gesagt habe, der Bot geht hier immer mit. Ja, er geht hier immer schön mit. Wenn der Kurs steigt, dann kauft er auch immer teurer ein. Und dann hat der Kurs mal so einen Hoch erreicht. Ich kaufe immer noch einen. Und dann geht er schön runter. Ja, jetzt habe ich neue Regeln festgelegt, sodass er nicht über dem letzten Beipreis kauft. Das heißt, wenn er jetzt nochmal auf 6.000 hochgehen würde, dann würde er maximal wieder für 6.089 einkaufen. Maximal, ja. Das heißt aber, wenn er runter geht, dann eher weiter unten. Und je weiter er dann runter geht und umso billiger ich einkaufe, umso niedriger wird dann dieses neue Limit gesetzt, ja. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich jetzt erklärt. Gut, aber ihr wisst auf jeden Fall, was gemeint ist. Und ihr seht hier auch, das ist keine safe Sache, ja. Ist mit einem Risiko natürlich verbunden. Aber ich sage mal, ich lerne jetzt immer mehr dazu. Ja, ich habe ja erst angefangen vor einem Monat. Und ich werde auch dementsprechend, wenn ich da genügend Erfahrungen zu habe, noch ein ausführlicheres Video zu machen. Und ich werde das in einem Videokurs, ja, veröffentlichen, wo ihr genau meine Strategie gesagt bekommt und die 1 zu 1 nachmachen könnt, nachdem sie denn endlich mal geklappt hat, ja. Wie gesagt, ich bin ja am Ausprobieren. Ich werde wahrscheinlich noch viel mehr verlieren. Aber das soll ja auch erst mal nur zeigen, was kann man machen. Und womit kann man vielleicht sogar passiv Geld verdienen. Jetzt kommen wir zu diesem Bot. Link dazu gibt es dann auch in der Beschreibung. Ja, ihr müsst bei Bitcoin Talk registriert sein. BitcoinTalk.org ist das bekannteste Bitcoin-Forum überhaupt und auch das größte. Und da gibt es so einen Beitrag. Da verkauft jemand diesen Crypto Trader. Cat, ja. Cryptocurrency Automatic Trader heißt der, ja. Ja, kurz Cat. Deshalb auch dieses Symbol der Katze. Link dazu dann natürlich auch in der Beschreibung. Ja, ich hatte ja schon gesagt, er kostet 0,2 Bitcoin. Dieser Bot, ja, aber wenn ihr jetzt meinen Namen, also Jumper Billy Jumper, als Referral Code benutzt, ja. Ihr schreibt ihm hier eine private Nachricht, schickt ihm hier also privat einfach eine Nachricht und nutzt dann Jumper Billy Jumper als Referral Code, ja, so wie der Kanalname, dann bekommt ihr einen Rabatt von, ja, pass auf, 0,025. Also ihr spart euch ungefähr bei aktuellem Kurs, ja, so 50 Euro oder so, ja. Ja, ihr kriegt also, wenn ihr meinen Namen nennt, einen Rabatt. Das ist ja auch schon mal ganz nett. Das so als kleines Geschenk an meine Abonnenten. Ich hätte auch sagen können, benutzt den Referral Code und ihr kriegt überhaupt gar keinen Rabatt, einfach nur so, um mir zu danken oder so. Nein, ich sage, ich verzichte auf einen Teil von meiner Provision. Ja, natürlich kriege ich dafür eine Provision für das, ja, empfehlen. Aber ich sage, die Provision beträgt 0,05 BTC und ich sage, ich schenke euch die Hälfte dieser Provision zurück. Das heißt, ich kriege dementsprechend genauso viel Provision, wie ihr Rabatt bekommt, wenn ihr das über mich, sage ich mal, kauft, ja. Ja, das ist mir ja immer wichtig, dass ihr da auch irgendwie einen Nutzen davon habt, dass ihr diesen Kanal verfolgt und, ja, so als kleines Dankeschön. Ja, soviel erstmal zu Cat. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann bitte in die Kommentare. Ich werde die Fragen jetzt nicht unbedingt direkt beantworten, vor allem, wenn sie wirklich einen hohen, ja, wenn ich da lange beantworten müsste, also, wenn es zu umfangreich wird, sage ich einfach mal, ja. Ja, dann werde ich einfach ein neues Video dazu machen, werde ich so oder so machen müssen. Von daher schreibt mir einfach mal eure Fragen. Ich notiere mir das alles und versuche das dann alles in einem neueren Video abzuarbeiten. Also bitte trotzdem die Fragen alle raushauen. Ich notiere mir wirklich jede einzelne Frage. Natürlich, wenn die sich doppeln, beantworte ich die nicht zweimal, aber dass ich die wenigstens mal alle parat habe und weiß, was wollt ihr überhaupt noch über Cat wissen, ja. Ähm, ich will ja auch keine Videos machen, die ihr nicht sehen wollt. Ja, soviel erstmal zu dem sonntäglichen Video. Ja, Leute, das war's soweit mit dem Video. Hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Sofern euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und sofern das das erste Video ist, was ihr von mir seht, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.